Der großartigste Inspektor der Welt ist zurück. Ein klarer Verstoß. Ihr Strafviertel! Halten Sie sofort Ihren Wagen an! Und ermittelt dem größten Verbrechen Der rosa-rose Panther-Diamant wurde gestohlen. aller Zeiten. Nun stellt er ein internationales Dream-Team zusammen. Und Ihr Name? Vincenzo Rocaras Guacalupe Branca Leone. Vincenzo... ...Dangarione. Erzählen Sie mir was über Inspektor Klusow. Er ist etwas seltsam. Klusow. Sein Verstand ist schärfer. Was könnte das sein? Ein Aufnahmegerät? Nein. Es sieht nur aus wie ein Aufnahmegerät. Es ist in Wahrheit ein geeinkuliert. Seine Reaktionen sind schneller. Das geeignis eines erfolgreichen Karateangriffs ist das Element der Überraschung. Der war gut. Danke. Und er zeigt der Welt. Um sich den Tatergang besser vorstellen zu können, werde ich mich jetzt in Ihre Position versetzen. Das er die Nummer eins ist. Wir müssen herausfinden, was Sie sagen. Wieso? Lassen Sie mich das regeln. Sollen wir ihn von dem Fall abziehen? Nein. Wir warten darauf, bis er sich so richtig planiert. Sollen! Der rosa-rote Panther 2. Hier. Es ist gelöscht.